Ja, das gilt persönlich wie für das Spiel. Es war ein sehr, sehr schöner Abend, ein erfolgreicher Abend. Wir haben zu Null gespielt, haben 3-0 gewonnen, haben den vermeintlichen Auswärtsflug gebrochen. Ganz wichtig, ich glaube, für den ganzen Verein. Der Pokal ist ganz wichtig hier in Deutschland und auch für uns, nach zwei Niederlagen, ein Ausspiel gewonnen. Das bringt Energie und Vertrauen in die Mannschaft. Meine Kollegen haben zu mir gesagt, Schieß, Chris, du hast einen guten Schuss. Ein bisschen Glück, viel Glück, aber Tor ist Tor und ich bin super glücklich, auch mit meiner Leistung und der Leistung der ganzen Mannschaft. Ich brauche ein bisschen Glück. Ich habe hart gearbeitet und heute hatte ich mein Glück an meiner Seite. Wir haben die Qualität, wie weiß ich, aber wir müssen die Energie bringen und wir haben das gemacht. Das ist das erste Tor und dann ist der Raum ein bisschen größer für uns im Umschaltmoment oder so. Ich glaube, die ersten zwei Tore so früh in der Partie sind immer gut. Wir haben es einfach nicht geschafft, die Räume zu schließen. Wir waren nicht mal so aggressiv im Pressing, haben ihnen zu viele Räume gegeben. Sie haben natürlich da im Mittelfeld schon sehr, sehr hohe Qualität an Einzelspielern, die die Situation sehr gut gelöst haben. Es sind dann in gefährliche Abschlusssituationen gekommen. Zweimal konnte ich der Mannschaft helfen. Einmal hat Micky sehr, sehr gut in höchster Not gerettet. Das zeichnet uns aus, dass der eine den anderen Fehler ausbügelt. Und dann das 3-0 war natürlich zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt, kurz vor der Pause. Ich glaube, ich habe ihm so ein bisschen den Zahn gezogen. Micky hat so viel gemacht. Er läuft mit dem Ball und er hat mich in einem guten Räumen gefunden. Ich habe David gesehen und ich habe gedacht, er schießt mit links, aber die Qualität von ihm war, der Assis war geil. Und dann bin ich auch so glücklich für immer, dass er noch eine Zahn geschossen hat. Das war eine sehr gute Mannschaft, das Tor, glaube ich. Und das ist die Fußballwichtigkeit, zu spielen. Aber wir müssen in dieser Art und Weise weiterspielen mit der Energie und der Zusammenhalt. In der zweiten Halbzeit gab es dann gar nichts mehr. Da haben wir wieder sehr, sehr gut verteidigt, wie die letzten Wochen schon. Und sind, glaube ich, sehr verdiente Sieger. Recovery morgen und dann gucken wir zum Karlsruhe, aber nicht in eine andere Art und Weise. Ich glaube schon, dass wir jetzt das Selbstvertrauen mitnehmen die Woche oder die Tage, wo wir hier sind. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir in Karlsruhe ein genauso gutes Spiel machen. Nur wir ziehen die Schlüsse nach dem 2-0 und dann kommen wir gar nicht in die Situation am Sonntag. Und dann setzen wir unsere Auswärtsserie fort.